Kann doch nicht so schwer sein da irgendwas zu finden? Anscheinend doch. Ich bin jetzt bei 1800. Boah. Bist du einfach geradeaus immer wieder, oder? Ich hab grobe Erde gefunden. Ich bin in neuen Bereichen. Grobe Erde. Ich weiß zwar bis heute noch nicht wofür wir das brauchen, aber... Äh, falls du wieder mit Dreck arbeiten willst. Dreck? Mit dem hab ich schon damals aufgehört. Den hab ich gesagt mal wieder. Nee, es gibt so viele andere Materialien, wo ich jetzt sag, höh, ich arbeite mit dem. Alter, was ist denn das für ein komischer Pseudo-Dschungel hier? Alter, passen wir da an? Warum ist hier im Moos doch ein Pflasterstein? Äh, ich hab keine Ahnung. Aha. Da geht so ein Spawner direkt an die Oberwelt ran. Oh, krass, cool. Da grab ich mich direkt mal ran. Ich hatte mal einen in der Wüste gefunden, da war einfach nur ein Loch im Boden. Ja, das hatte ich auch. Und das war das sogar mit dir in einer Welt von mir? Das kann natürlich auch sein, ja. Mitten in der Wüste und dann war da der Spawner drin. Einfach so ein riesen Loch ausgehoben und da war das drin. Okay, da ist es nicht, da muss es da irgendwo sein. Nee. Äh, das ist wirklich bloß so ein Stück für Moos doch Plasterstein gewesen. Okay. Ich hab mich grad in jede Richtung mal gegraben, da ist nichts. Hm, komik. Hm, dann halt nicht. Hm. Wär auch zu schön gewesen. Wollen wir nicht mal irgendwie pennen oder so? Willst du pennen? Ja, seh ich mehr. Ich mag keine. Penne? Ja, super, danke. Seh ich wieder nichts. Ach ja. Warte gleich. Ach. Ja, Kevin muss auch noch hin. Eier Betto. Der ist halt ständig bloß am Haus. Hä? Wie nö. Ah, da bin ich ja... Du brauchst die drüber raus? Ich hab grad so... Ja. Ja? Ich weiß, wo ich ein Laptop hab. Hä? Draußen? Bist du grad auf dem Weg zu uns oder was? Ja. Ja, das ist halt eine Autobatterie. Das ist leer. Alles. Das ist leer. Der bringt er an der Autobatterie und der Fernseher und der Leppi und der Pferd grad tot ist runter. Mach neben meiner Let's Play. Ja, genau. Mit der Gründ... Nöt, nöt, Fahrlauchsteller du Penner! Halt die Schnauze, ich hab ne Aufnahme! Im Zug... Im Flugzeug, wie schalten Sie alle elektrischen Geräte aus? Daut sich für Gamer! Nächste Station, Stuttgart, 3 Kilometer! Ausstieg rechts! Ausstieg rechts! Ausstieg in Fahrtrichtung rechts! Oh Gott! Kevin ab, higher! Dani ist sonst... Ja ist gut, ja ist gut, ja ist gut, ja ist gut! Ich seh nicht! Kann das Spiel mitspielen! Echt jetzt! Ja ich mach mit! Ich seh nichts, ich kann nicht weitergehen! Komm jetzt auf! Heldet so an, mach Nore! Mach Nore! Jawoll ja! Ja! Die grobe Erde wächst auch nur anders! Hä? Hä? Auf grobe Erde wächst auch was, aber anders! Auch was, aber anders! Richtig! Wie darf ich das jetzt verstehen? Okay! Ja das ist dann wie als ob du diese... Ähm... Dingensens hier! Diese Lianen drauf packen würdest! Alter was sind das für riesen Bäume! Schwarze? Dunkle? Dunkle, ja! Schwarzeiche! Die sind ja gigantisch groß! Ja ja, die sind ja riesengroß! Hier wächst halt... Hier wächst genau! Äh, du musst noch Pflasterstein! Okay! Das ist hier vollkommen normal! Ich finde dieses Schwarz-Eierchen mittlerweile auch voll cool! Alter, da kommt es echt drauf an welches Paket du nimmst! Also hier in dem Fantasy-Paket finde ich es... Sieh jetzt recht gut aus! Ja gut ja! Ja gut ja! Ja gut ja! Gut ja! Ja ja! Aha! Aha! Ah ja! Ja ja! Jetzt aber! Oh, eine große Höhle! Ah, da ist ein Spawner! Das siehst du sogar von der Oberfläche aus! Ach geil! Da gehe ich doch gleich mal hin und plündere die Kiste! Spawn, spawn, spawn! Was ist drin? Sattel? Warte, ich muss mich erst doch kurz runter buddeln! Das komme ich nachher nicht mehr hoch! Ach so! In der Kiste befindet sich... Ja, ein Sattel! Hey cool! Schießpulver, Eimer, Knochen... Sogar eine Pferderüstung! Geil! Also die habe ich ja noch nicht mehr irgendwo mal gefunden! Schau, dass man die auch nicht herstellen kann! Ja ja! Das finde ich auch ein bisschen schade! Vor allem den Sattel kannst du auch nicht herstellen! Stimmt! Du kannst Heuballen herstellen, was dein Pferd noch nicht mal frisst, weil es einen Scheißdreck interessiert! Super! Hauptsache, du kannst Heuballen herstellen! Aber das wichtige Zeug ist, dass du dir selber einen Sattel craften kannst oder... Eine Schallplatte! Ja, gut, ja! 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 Ja, schuld! Ich geh jetzt nicht noch Fichte suchen! Eine Fichte habe ich ja selber! Ich baue ja über dem Fichtenwald gerade drüber! Ja! 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 Pflanzen schmeiße ich weg! Die kriege ich hier in der Gegend sowieso immer wieder! So ist es! Ansonsten grabe ich mich hier in deine Richtung gerade! Ja, ich würde auch gerne in der nächsten Aufnahme, dass wir dann mal wieder mit Gegner machen, weil ich muss unbedingt noch Ender-Augen sammeln! Endermans brauchen wir noch, weil dass wir irgendwann tatsächlich mal ins Nether-Portal gehen! Okay! Vor allem kannst du ja dann, ähm, Dingens machen, ähm, Lohnen holen! Lohn? Ja, die Lohn-Routen! Ja, gut! Die brauchen wir für die Ender-Augen! Ich bin dann gerade wo völlig anders, ne? Ich bin dann gerade wo völlig anders, ne? Ja, ich weiß, aber beim nächsten Mal so allgemein so ein bisschen mit Gegner! Na gut, ich muss jetzt erstmal irgendwas finden, wo ich meinen Unterschopf bauen kann! Ich würde gerne irgendwann mal von der Brücke so einen Weg runter bauen, dass man auch mal runter ins Tal kann, anstatt da oben die ganze Zeit auf der Brücke rumzulungern! Na, vielleicht kommt der Baum da gar nicht mal so schlecht gerade! Ich würde jetzt gerade schon fast zurücklaufen! Glaub ich! Oh, der Baum ist schöner! Ich glaube, den nutze ich für einen Abstieg! Sehe ich gleich! Ja, da war ich schon ein bisschen in der Richtung! Verdammt! Ähm, ich hab doch gesagt, dass ich hier bei 1800 bin, ne? Ja! Minus 1800! Upsi! Was von daher die Richtung weiß! Oh! Kacke! Man müsste sich irgendwie so noch einen Teleportpunkt setzen, dass du sagen können, ich geh jetzt da hin wieder zurück, da bin ich wieder! Ja! Oder zumindestens, ähm, ne Markierung hinsetzen! Ja, dass auf der Karte allgemein Markierung hinsetzen kann ich! Ja! Du kannst dein Notizbuch mitnehmen und dir da Sachen eintragen, aber... Ja, ja! Super! Ist unständlich! Ja! Ja! Ich bin immer noch in der Tumpa! Mal was Neues! Bären? Was? Bären? Ja, hast du gesagt? Gebären? Eisbären, ja! Krasse Schande! Ich hab sogar Junge! Wenn du zu nah rangehst, greifst du dich an! Krass! So, jetzt bin ich bei 2000! Äh, ja! Läuft! Ja, wieder Pflanzen mit dem Schnee! Blumen! 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 Au! Das war auch... Glück im Unglück! Hatte sich schmerzhaft angehört! Ha? Hatte sich schmerzhaft angehört! Ja, war's auch! Und das war Glück im Unglück, weil ich bin fast neben der Höhle runtergefallen! Huch! Oh ja, da wär sogar richtig tief gegangen! Huch! Könnt ihr mal reingehen und gucken? Oh! Da geht's... Oh, Kohle! Da geht's ja richtig tief runter! Ich markier das einfach mal! Ich kann aber auf den Bergen machen, meine Übersicht! Vielleicht seh ich ja wat! Wat! Von Dorf oder so! Siehste wat? Siehste wat? Bist du am Meer, lad? Ja! Wat, wat, wat? Theoretisch, ja! Wat will ich mit Meer? Ich will mit Meer, ja! Schnee... Wasser... Strand... Eis... Wald! Wald, Wald, Wald! Ein großes... Bergegebilde! Bergegebilde! Ja, das sind so mehrere Spitzen! Vier Stücke, äh... Aneinander! So im Kreis aufgestellt! Was du nicht alles siehst! Sieht aus wie so ein übergroßer Altar, so ein Opferaltar oder so! Achso, an unsere Marvel-Fans! Stan Lee hat heute Geburtstag! Jaaa... Ist relativ zu sehen mit heute, ne? Ja, gut, ja! Ja, ein bisschen! Also, am 28.12. hat er Stanley Geburtstag an unsere Marvel-Fans! Ey! 93, der gute Mann, gell? What? Ja! Heftig! Komische Steinzeugen! Oh! Oh! Ja, ja! Da, wo ich grad die Treppe nach unten baue, weil ich mir gesagt hab, da gehst du nachher runter und ich kurz neben der Höhle auch noch fast runtergefallen wär, ähm, ist noch ne Höhle und da unten leuchtet irgendwas Orangenes! Oh! Lava! Oh! Ja! Hätte auch... Aua machen können? Hä? Ja, ein bisschen! Cuttersnake ist gestorben! Hat versucht in Lava zu baden, oder was steht dran? Ja, ja! Das hat mir doch schon mal irgendwo verwegen, ja, versuch nicht in Lava zu baden! Hat versucht in Lava zu baden! Haha, richtig! War das nicht mit dem Patrick damals noch? Ich glaub das war mit dem Patrick, ja, ja! In der Community-Aufnahme? Ja, ja! Das hat mich auch mal gefragt, ob wir hier in den Runden noch was machen! Wie, was? Hier in der Privatwelt! Also, was heißt Privatwelt? Der, wo wir jetzt grad spielen! Echt? Hat einer gefragt? Ja, ja! Ob er mitspielen darf? Naja, ich hab gesagt, ursprünglich nicht geplant, aber ich sprech's mal an! Ja, mhm, ja, ja... Könnte man ja mal in der Wege umziehen! Ich hab keine Ahnung! Minus 2560, weiter geht's nicht! Ups, hast Ende erreicht! Ja! Am Ende der Welt! Und kein Dorf gefunden! Ja gut, du hast jetzt nur in eine Richtung gebuddelt! War nicht gebuddelt! Oder gelaufen! Dann geh ich mal nach Norden! Sag mal, Nord-Ost! Nord-Nord! Nord-Nord-Ost! Nord-Nord-Ost! Nord-Öst! Nord-Nord-Ost! 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 Ja, ich hab hier auch nur Wald vor mir! Und ich hab keine Ahnung, ob ich... ...ne richtig bin! Ähm... Setzen wir mal Wegfackellen! Damit man weiß, dass hier ne Treppe ist! Damit man auch wieder auf die Brücke hochkommt Alter, was für Krater hier sind Krater, Krater, Krater Krater, Krater, Krater Ach ja, so ist das Oh, jetzt wird es wieder dunkel Was? Ja Ich kann jetzt nicht schlafen gehen So, hier schlafen Ich bin nicht auf unserer Welt Wie, du bist nicht auf unserer Welt? In eurer Welt Bist du tot oder was? Ich bin auf meiner eigenen Ich bin im Jenseits, ja Meister Kajo Besuch Ah, cool Da klimme ich mal den Berg und schaue mich mal um Ah, da fließt jetzt im Moment gerade Wasser runter, okay Cool Da kommst du an und dann fängt das Wasser an zu fließen Das ist doch schon mal was Service Kommt einer, schmeiß die Turbinen an Schmeiß den Wasserfall an Seid froh, dass wir fließend Wasser haben, ne? Das ist auch so ein Witz, denn willst du gleich erschießen? Das ist so, ja eigentlich nicht mehr so fast Schrei dich für mich an, töte mich! Bitte! Reiß mich mit ins Grab! Willst du mit Reis? Ohohohohoh Alter! Ja, Levin Hallo bis hin Spaß in die Runde Runde Runde, Runde, Rundi, Rundi, Rundi Oh Gott Das Problem ist, dass hier Minecraft viereckig ist, also haben wir so viel rundes Zeug gar nicht. Doch, Kompass, so. Ich schmeiß halt mal den Witz ins Viereckige, oder? Ja, ist mir schlecht. Ja, Levin. Du kannst Levin einfach in der Hinsicht nicht vergessen, weil irgendeiner reißt scheiß Witz und sofort Levin. Ja. Bin ich denn hier? Ja. Ja, das ist gerade so keine Lowe-Phase, wenn ich ehrlich bin. Ja, gerade so ein bisschen. Man weiß nicht, worüber man quatschen soll, das ist das Problem. Ja, was hast du denn Schönes erlebt, die Tage? Ja, genau, Kevin, erzähl doch mal ein bisschen was. Was habe ich denn Schönes erlebt? Das ist eine Frage, ich weiß nicht, wann die Folge rauskommt, also ich kann nicht sagen, was ich noch erleben werde. Was du jetzt bis zum jetzigen Tag erlebt hast, wo wir aufgenommen haben. Ja, richtig. Weihnachten. Du hast Weihnachten noch gar nicht so viel erzählt. Was hast du denn bekommen? Ähm. Ich habe eigentlich nur ein Gutschein von Jochen Schweitzer bekommen, also so ein Action-Dings bekommen, wo ich mir ein bisschen was aussuchen kann. Äh, wie zum Beispiel Flugsimulator fliegen, sogar bei euch in der Gegend, also Stuttgart. Flugsimulator fliegen. Also ich glaube, da würde ich mir was besseres raussuchen. Ja, habe ich ihm aber auch gesagt, weil das Kölner Flugsimulator ist um einiges besser als Stuttgarter. Ja, der sagt mir aber Stuttgart. Äh, dann sind zum Beispiel, ich kann so X-Bow fahren, das ist so, äh, ne, so ein Street-Card. Ähm. Was heißt das für ein Go-Kart oder wie? Ne, kein Go-Kart. Das ist tatsächlich so, ne, so ein Buggy eher ist das in die Richtung. Okay. Ähm. Dann Quad fahren, Husky rennen, äh. Oh, Husky rennen ist geil. Dann solche Ferrari mitfahren leider nur. Äh. Nur 30 Minuten. Was? Echt? Nur mitfahren? Ja, der fährt mitfahren. Also meine Mutter hat damals von meinem Dad Ferrari fortbekommen und durfte selber fahren. Ja, das hätte ich auch gehofft so ein bisschen. Äh, das Problem ist aber nur der, der sucht zum Beispiel auch das Auto. Was ist Ferrari fortfahren? Nein, Ferrari selber fahren. Achso, weil da noch ein Ford mit dran liegen, deswegen habe ich gedacht, was Ferrari? Ja, fortfahren, die ist fortgefahren. Ne, äh. Ja, der sagt dann, also du suchst ja die Strecke aus und er sucht dann halt, den Rest aus. Äh, sind dann 30 Kilometer, 30 Minuten, die du da fahren kannst. Ist ja auch scheiße. Ja. Da zahlst du Schweinegeld für. Ja, wie gesagt, das ist halt gut scheinlich. Ich betalte dafür gar nichts. Ja klar, aber trotzdem zahlst du Schweinegeld, dann darfst du bloß mitfahren. Ja. Ich hätte gerne... Ja gut, bei den meisten musst du halt auffassen, weil das sind ja dann irgendwelche, weißt du, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Mustang draußen vor der Tür stehen hätte und ich würde mich dann bei Jochen Schweizer anmelden, dann vermittelt der dann irgendwelche Leute an mich, dass die dann mit meinem Auto mal fahren dürfen. Und in dem Augenblick heißt es dann wahrscheinlich, das ist mir zu heilig. Es kommt wahrscheinlich je auf den Kunden drauf an, auf wen du stößt. Und wenn der dann sagt, nee, das ist mir zu heilig, du darfst dann mitfahren, ja, aber selber fahren darfst du nicht. Oder so. Weil das sind ja so Leute, also wie gesagt, wenn du natürlich dementsprechend ein seltenes Auto vor der Tür hast, ein Hampi oder sowas, und du meldest dich bei einem Schweizer an, dann vermittelt der dich oder vermittelt andere, der andere an dich, weil du sagst, okay... Wer arbeitet als Vermittler. Ja, richtig. Ja, so Sachen zum Beispiel sind da mit drin, äh... Und noch anderes. Es gibt, glaube ich, insgesamt 710 verschiedene Sachen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Welche Sachen kann ich leider nicht machen, da ist zum Beispiel Fracktauchen. Das Problem ist einfach nur, ich brauche einen Tauchkurs, den habe ich einfach nicht. Ich habe einfach nur schlichtweg einen Schnupperkurs damals in Mallorca gemacht. Das war's. Fracktauchen wäre auch geil. Das ist tatsächlich in der Schweiz, ich weiß jetzt nicht genau wo. Tauchst du denn mit dem Anzug, oder was? Ja, das ist ein Tauchanzug halt. Ah, das hat einen Moment gebraucht, Alter. Ja, der hat man echt lang gebraucht. Der hat grad echt einen Moment gebraucht. Du tauchst schon mit Anzug, dann, äh, Frackanzug, klar. Anzug, Frack, ja. Oh. Oh Gott. Oh, jetzt hat man auch da an. Oh, jetzt hat die ausliegen an. Nein, aber, ähm... Oh Gott. Äh, ja, so Sachen sind da halt mit drin, das war's eigentlich auch sonst. Also ich habe nichts anderes bekommen als Weihnachten, also das halt, ne. Na gut, aus dem Kurschauen Schweinegeld, ne? Ja, ich will gar nicht wissen, was die bezahlt haben. Also mir hat gefallen, was ich haben will. Irgendwie so Richtung Jochen Schweizer, weil... Ich finde so ein Erlebnispaket ist, glaub ich, ein bisschen besser als, äh... Zum Beispiel sowas Materielles, oder sowas Materielles. Da spielst du ein paar Tage immer nicht mehr mit, und dann ist gut. Ja gut, du kommst drauf an, was du halt kriegst, ne? Ja, aber wie gesagt, so ein Erlebnis und alles drum und dran, da denkst du dann immer wieder mit dran, ne? Ja, um sowas halt... Nur so Bilder werde ich auf jeden Fall machen, das darfst du ja dann, klar. Äh... Naja, scheiße, wenn nicht. Klar, natürlich. Du darfst keine Bilder machen, warum? Einfach so. Ey, das war's auch, ansonsten. Wie ist das denn bei euch, was habt ihr denn so bekommen? Ein Kompaktofen. Kompaktofen? Ja. Naja, jetzt musst du ja auch für Leute sagen, die nicht wissen, was ein Kompaktofen ist, musst du jetzt auch mal sagen. Ich glaube, in dem Zeitraum haben wir das vielleicht jetzt gegoogelt. Äh, ein Ofen, ein klein quasi. Weil, äh... Für eine Einzelperson ist so ein normaler großer Ofen einfach Verschwendung. Brauch ich... Zu groß, viel zu viel zu putzen und... Du brauchst viel zu viel dafür. Und das Ding ist, wenn du eine Minute heiß und gut ist. Das ist was, was ich wenigstens auch benutzen und brauchen kann. Das ist geil, gell? Das Ding ist recht schnell heiß. Alter, da kannst du... Ich bin ja immer so im Hin- und Herklippen zu gucken. Zehn Sekunden warten. Oh, schon 100 Grad mehr! Zehn Sekunden warten. Oh, 150 Grad! Das ist echt geil, das Ding. Das hab ich ja auch. Ich hab meinen Backofen irgendwann mal, weil er auch zu Schrott war. Und es waren vier Plattenherd. Und konntest du echt in die Tonne klopfen. Und dann hab ich mir tatsächlich auch so einen Kompaktofen gekauft mal. Und ein Induktionfeld hab ich ja. Zwei Platteninduktion. Und das reicht ja auch voll und ganz. Geile ist, bei mir ist ein Dingens dabei. Ein Pizzastein. Oh, auch nicht schlecht. Und die könnten Hähnchen grillen. Ja, das hat bei mir auch dabei. So ein Hähnchen-Grill-Dreh-Dings. Die Spieß. Sind die Boote? Äh, bei... Bei, 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 bei... Bei... Reicht ja auch voll. Reicht ja. Weil, ich war mit meiner Mutter shoppen und... Jetzt sieht der jetzt ganz anders aus. Jaja, ich weiß. So ein Paddelboot jetzt. Und, ähm, ich glaub das, was der investiert hat in meine neue Kleidung reicht eigentlich. Also bei dem Gutschein, der ist nämlich drei Jahre gültig und alles nochmal dran. Und da hab ich genug Zeit mit und was aus. Das ist geil, die Paddel sind direkt an den Händen. Echt? Ja. Ich hab das nie angeguckt, wie die Ruder sind. Oder wie das neue Boot aussieht. Äh, das machen wir mal ein paar machen. Machen wir... Achso, das stimmt, du hast gesagt, du hast Kommatten bekommen. Ja. Jaja. Was habt ihr denn überhaupt an Weihnachten gemacht? Was gab's bei euch so zum Beispiel zum Essen? Wart ihr mit Familie, äh, irgendwie zusammen? Ich war einen Tag bei meinen Eltern und dann gab's Raclette. Oh, cool. Auch nicht schlecht. Ich war... Ich war bei meiner Oma, da gab's traditionell, ähm, Seidowürstle, also Würstchen und, ähm, Kartoffelsalat. Und das Klassische halt. Es ist bei uns ist das Klassische. Ich weiß nicht, wie es bei euch oben ist, aber... Mhm. Ähm, das ist bei uns im Schwabenland halt, äh... Und zumindest bei dir und deiner Oma. Also bei dir? Ja, allgemein. Also bei uns gab's zum Beispiel am Heiligabend selber, weil mein Bruder da, oder einer meiner Brüder war da, ich hab ja drei insgesamt. Ähm... Da gab es, äh, Rumsteak mit, äh, Brokkoli, Soße Hollandaise, Bratkartoffeln und Pfeffersoße und sowas. Und, äh, am ersten Weihnachtstag war da mein anderer Bruder mit Frau da und noch eine Bekannte, äh, und dann gab's, äh, Sauerbraten mit Kartoffeln und, ähm, Rotkohl und, äh, Apfelmus. 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 Echt? Ja. Ein riesen Ding. Krass. Ich hab zwar schon mal einen gefunden, hab aber die Ding nie wirklich erkundet, weil ich noch keine Ahnung hab, was man, wie man da drauf achten muss, was man drauf achten muss. Wegen dem Sauerstoff, ne? Ja, er auch. Außer man hab ich mit... Andere sind gefasst bis zur Oberfläche. Vor allem hab ich mit Gegnern gespielt und da war dann so ein, so ein scheiß Gegner noch da. Ja, ich war dann nach dem Essen, bin ich dann noch, ähm, eingeladen worden bei meiner Freundin, ihren Eltern. Aha. Aha. Und da haben wir dann noch einen schönen Abend auch gemacht. Wir waren dann noch spazieren und so. Ja, das haben wir noch am ersten Weihnachtszeit gemacht. So ein paar Kilometer durch den Wald gegangen. Ich hab dann seit Ewigkeiten mal wieder Pokémon Go gespielt tatsächlich. Ja, aber tut sich eh nix, ne? Im Wald? Was heißt im Wald? Ja, aber ich hab zwar nichts gefangen, aber ich hab zumindest auch nicht Erfahrungspunkte immer gesammelt. Ich hab mal so 20, 30.000 Erfahrungspunkte gemacht auf jeden Fall. Ich wollte das letzte Mal wieder spielen, da hab ich gedacht, oh, gehst du zu Fuß, zur Bank, ja, spielst du Pokémon. Als ich mal aus dem Haus raus bin, hieß es dann Update machen. Da dachte ich mir, ja, dann warst du es jetzt auch. Ich werde jetzt demnächst wieder mal reisen und dann gucken wir mal, ob es wieder... Dann werde ich auch wieder mal aktivieren und dann werde ich wahrscheinlich auch mal wieder was Neues machen. Schon ewig nochmal online, einfach weil halt auch nichts kommt. Ja, also ich werde mich, äh, Ende Februar geht es für mich mal wieder vier Tage nach Zürich, beziehungsweise in die Schweiz. Und, äh, dann werde ich mal gucken, ob es da was anderes gibt als hier in Deutschland. Pff, wahrscheinlich nicht. Weiß man nicht. Keine Ahnung. Brosch im Hals. Mach! Mach! Ah, doch! Es gibt doch diesen zaubertragenden Wasseratmung. Ja, 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 ich weiß schon. Fällt mir grad so ein. Ich hab da mal einen Erdklotz hingesetzt und Föcklen rein gemacht, vielleicht zieht muss ja. Okay. Und ich hab jetzt zehn Prisma... äh, Prismarinen-Kristalle. Okay, cool. Da ist jetzt so eine Säule im Wasser, vielleicht bringt's ja was. Ich schau einfach mal die nächste Insel an, die nächste größere. Före ich da anzubauen, weil jetzt hab ich definitiv was zu tun. Also ich glaub, jetzt grob was Neues anzufangen hat jetzt überhaupt keinen Sinn mehr, weil wenn ihr mal auf die Uhr guckt, dann ist die Folge keine. Das wär ein Paradies für dich. Echt? Ja. Dann werde ich in der nächsten Folge, in der nächsten Folgeaufnahme mal zu dir reisen. Genau, dann werden wir mal ein kleines bisschen durch die Gegend reisen. Ja, weil ich bin... Alter, ist das geil. Ich bin da nämlich... Ihr könnt gerne nochmal ne neue Aufnahme starten, ist kein Problem. Das Geile ist, ich hab schon einen Platz gefunden, wo ich mir einen neuen Hafen reinbaue. Das ist gut, vielleicht sollte ich den Tunnel zu dir bauen oder... Überland, ich weiß es noch nicht. Ähm, nee, gut, dann verabschieden wir uns. Mhm. Und dann sehen wir uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und tschüss. Ciao. Ciao, ciao.